Oder so, das geht auch. Warte. Ja, warte, ich kann doch nicht einsteigen, weil das Handy gerade noch ist, wenn ich jetzt eh drücke. So, jetzt kann ich. So. Ne, die Musik geht nicht. Ich brauch da Heavy Metal. Doch. Ja, ja. Wenn schon, denn schon. Mit Kettensinger an den Seiten. Passt, läuft. Heavy Metal im Hintergrund. So fährt sich richtig, ne? Auf geht's. Da müssen wir jetzt nur noch hier richtig zu grölen, so. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. In. Wir fahren auf die Klippe. In. Wir fahren auf die Klippe. 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 Und ich fahre bei Rot. Wir fahren bei Rot. Über die Ampel. Auf du. Auf der falschen Seite. Na, zwischendurch machen die immer. Auf duuuuuuck. So, weißt du Bescheid. So, ich nehm den finalen Auftrag an. Ist es der finalen Auftrag? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ob es der finalen Auftrag gemacht hat. Es geht aufs Finale hinzu. Begib dich zu Hauquartier. Eine gute Idee. Du bist übrigens auch Nitro. Ja. Oh, fuck. Also, Argo. Ja. Du, Mobil. Die knutschen sich bis zum Tode. Äh. Du, Mobil hat gewonnen. Plawless victory. Fidelity. Fisch Sample. Ach ne, es war ne Laterne. Oh, nit, nitro, nitrö. 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 Das ist alles. Nitrö. 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 Hau raus, nitrö. Es läuft doch schon. Es ist auf cooldown, man. Da wird es nicht wirklich weiter bewegt. Trotz nitrö. Das ist so verdammt schnell. Gleich holt uns ein Moppet ein. Oh shit, die Bullen. Rechts reinfahren. Warum der Wind unter Baulicht, das kann ich erklären. Ach ne, es fehlt nitrö. Die Staple da rein sind nur zur Zierde. Ich krieg kaum Schmerzen vom Lachen, wenn ich so weitermache. Du, du, du. Nitrö. Wir haben die Brücke fast hinter uns. Die Polizei wird nicht weniger hier. Die holt uns tatsächlich ein. Ah, das ist halt, ne. Ah. Nitrö. Das ist das, du, Mobil. Das ist noch echte deutsche Handwerkskunst. Das hält alles aus, du. Das hält sogar bis zum Puff. Was? Das ist doch wahr. Das ist doch wahr. Nitrö. Hallo, Nitrö. Und die anderen Autos sind, die Standard-Tempo, dann ist immer noch schneller. Ja, es ist halt, ne. Masse, die sich bewegt, muss hier. Ja, ja, klar. Mit der deutschen Holzwerterarbeit im Hintergrund, ne. Ja, ja, also, also, mal. Ja, das ist doch nicht rö. Mindestens bis, äh, mit unserem Gebäude schaffen. Ich kann die Kamera gerade nicht bewegen. So, jetzt kann ich so. Sonst, ne. Jetzt kannst du bewegen und fährst in die Wand. Ja, super. Ich kann mich hier gerade nicht aus der Wand bewegen. Äh. Ah. Do it. Geh vorbei. Nitrö. Da wird das einfach zur Seite geschossen. Ah. Do it. Aber es hält viel aus, muss man wirklich sagen. Ja. Es ist halt das Total-Do-Mobil, auch wenn gerade bei mir die Motorhaube, äh, umspackt und alles andere. Und die Türen. Du hättest fast es geschafft, da runter zu gucken. Ja, auch fast. Wenn ich lenken kann. Aber das Do-Mobil hat überlebt. Äh, die erste Fahrt, die ich jemals überlebt hab. Ähm. Trotz Absturz und sonstiges. Und es hat ja auch nur minimale Karosserieschein. Ach, das ist, das ist du ein Kratzer. Es qualmt so ein bisschen, aber dafür haben wir ja das Wasser hinten aufgeladen, also das passt schon. Genau, das geht schon. So. Wie, wie soll unten sein? Oh. Bin da. Bin angekommen. Mit dem Gesicht zuerst. Äh, ja gut. Natürlich sind wir jetzt wieder oben. Ja, ja klar. Das sieht gut aus mit meiner Brille. So eine sollte ich immer tragen. Ja, aber sich über meinen S-Vtor lustig machen. Ja, sorry, dann ist das Real Life, da geht das. Oh Gott. Deine in S-Vtor ist ja auch einfach nur schäbig. Ja, ist wirklich. Ich mag mein Dress, würde ich ja sagen. Fast so cool wie das Biker-Dress. Das unterstreicht so schön deine Laune, ne? Ja. Ich möchte ganz die Parkzylinder. Oh Gott, du fährst. Ich fahre. Ich fahre. Der hat mich angefahren. Hast du voll kaputt gemacht? Ja, aber, 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 aber. Die steht da schon seit, keine Ahnung was. Sie ist mir gleich als erstes aufgefallen damals. Aber, äh. Erst mal, worauf ich achte. Ja, sorry, dieses schwarz und rot, ne? Hat hier gleich so einen Orgo-Fänger für mich. Ja. So, dann rollen wir mal den Bereich. Ja, dann mal Orgo. Fahren wir gleich rein wie so ein Mammut? Hashtag Lecker-Mark-Mammut, ne? Lecker Markus aus. So, Mega-Man-Blaster. Ich hätte vielleicht, äh, eine Munition kaufen sollen. Rate mal, warum ich Munition gekauft hab. Ja, aber ich war zu beschäftigt, dass du eine Munition baut. Ja, kann ich verstehen. Ja, das ist ja auch, äh, ein, ein Arzt da. Einfach nur, den solltest du hier patentieren lassen. Ich erinnere mich an die Saison. Als wäre es gestern gewesen. Aber es war vorgestern. Das wird nachher noch total lustig. War das Ironie? Äh, vielleicht. Mal gucken. Dann ist gut. Das, das sag ich dir später. Okay. Vielleicht wird's auch nicht ganz so schlimm, wie du's erwartest. Mal gucken. Mal gucken. Warum schießt der jetzt nicht, Alter? Oh, wer ist denn da schon wieder tot? Steh mal auf hier. Nein, du sollst nicht einsteigen. Du sollst aufstehen. Boah, eine Frisse. Ist doch nicht der Possibility hier. Mann. Au. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Irgendwie. Ja, ja, ich hab voll die Aggro. Ich tank ihn. Oh Gott, da ist noch so einer mit. Oh, Gatling. Gatling. Auch noch. Das wird noch lustig. Du hängst definitiv zu viel mit mir ab. Ja. Also, frag mich mal, was das heißt. Was heißt das? Ich hab keine Ahnung. Na, immerhin. Alter, jetzt wollte ich gerade E drücken. Ich durfte nicht. So, jetzt kann ich. Ich hab die Minigun. Darf ich? Halt, wenn er angerannt kommt. Um ihn übermaß zu killen. Nee, wir könnten weiterfahren. Äh. Aber, aber, aber. Da muss ich ja meine Minigun wieder hier lassen. Versuch doch mit der Minigun einzusteigen. Ich versuch's, ich versuch's. Ah, okay. Äh, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Stick in. Stick in. Ja. Ja, lässt er liegen. Kommt dieser Oleg mit? Der ist super. Der kann wenigstens was in Gegend zu uns. Deswegen hab ich das Auto genommen, weil ich den dabei haben will. Verstehe. Deswegen springt er jetzt auf dem Sport. Ja. Ach, fuck you. Machen wir das allein. Gleich heißt es, wir entfernen uns soweit. Fuck you. Mensch, wir haben nur einen an Bord. Der sponsert sich hier schon. Da ist eine Straßensperre. Der schubst, der von hinten. Der schubst, der von hinten. Bin nicht in den Pfeiler gefahren. Ach so. Das war eine optische Täuschung. Da ist eine Rampe, da ist eine Rampe. Fahr rüber, fahr rüber. Das ist voll der Mega-Stunt. I will do it. Yeah. Das war nur halb so cool, wie ich es mir vorgestellt hab. Ich bin froh, dass das Auto noch fährt. Da hab ich eigentlich gedacht, wir bleiben da oben hängen und dann ist Ende. Ich dachte, wir fallen runter. Aber gut. Das schaffen nur die Leute von der FahrzeugTV. Das schaffen nur die coolen. Kann nicht jeder so cool sein, ne? Meine Kids. Genau. Noch ein Sprung. Yeah. Jump. Jump. Flame. Oben drauf fahren kann ja jeder. Oh, langweilig, ey. Flame. Brennt, ihr Bastarde, brennt. Steig aus, steig doch aus. Ja. Du musst aussteigen. Ich bin ausgestiegen. Das ist keine Übung. Ich habe das Fahrzeug verlassen. Oh, da ist eine Tankstelle. Gute Idee. Boom, baby. Na, so Explosionen. Wir müssen ja die Michael Bay-Effekte drin haben, sonst geht das nicht. Ja, klar, sonst springen uns ja die Zuschauer ab. Stell dir mal vor, hast du auch was gemacht von Michael Bay? Naja, wenn er nur die Effekte macht, dann wird das gut. Ja. Wenn er den Rest macht, wird's scheiße. Ja, wenn er alles macht, dann ist ganz schlecht. Da ist irgendwer doch... Ja, ich hab's geholfen. Ja. Was machst du da mit dem Auto? Sollst du das? Ich fahre mit dem Auto und schieße so die Typen hier ab. Ah, okay. Ja, da kreiden wir jetzt schon. Ja, wir piepen schon. Du sollst aussteigen. Ja, das sagst du so einfach. Ja, jetzt steigt er wieder aus. Ah! Oh. Wir wollen mal unseren Begleiter. Ja, ja. Ich komme da gar nicht hin, weil so viele Michael Bay-Effekte sind. Fehlen nur die Häuser, die hier einstürzen. Michael Bay! B-A! Michael Bay! B-A! Michael B-A! So sieht's nämlich aus. Einer, una, Panzer, Grande! Oh, shit. Achso, da sollte ich vielleicht nicht mit der Maschinenpistole einfach draufballern. Was doch? Ich bin doch. Ich auch, fast. Ich renne auch voll in den Strahl rein. E-Z, renn in den Panzer. Naja, irgendwie muss das ja funktionieren, ne? Ja, ja, klar. Fast. Das hätte fast geklappt. Fast macht immer noch einen großen Unterschied. Vorne machen, oder? Dreimal derselbe Bildschirm und noch einen vorne. Okay, nur, äh, ne? Nur die zwei, die wir jetzt noch nicht hatten. Also, das geht schon. Ja, das war ein Pfosten. Das war schon wieder ein Pfosten, weil er mit der Penner geahmt hat. War das schon mal hier, ja. Achso, du hast eine Einsorte, das ist ja nett. Ja. Dann musst du dich nicht über mich beschweren. Ja, es hilft mir auch nichts, aber weil ich den Kampf dann einfach vor dir anfangen muss. Und warten muss, bis du da bist, aber... Genau, und ich hab den guten Olek dabei. Ich fahr trotzdem schon mal vor. Das ist nett von dir. Aus irgendeinem Grund fährt er jetzt aber zu dem linken... Ich will aber zu dem rechten. Ich fahr zum rechten. Dann fahr ich zum anderen. Hahaha. Wieder diese eleganten Spiele. Ne, das ist doch der Punkt, den wir jetzt hier... Ja, 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 klar. Nur er hat mich vorhin... Das Navi wollte mich zum anderen fahren. Ah, okay. Wir fahren zu dem, wo wir gerade auch waren. Mit dem Patzer. Ja. Darfst du denn auf die Sprünge? Klar.